Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, heute möchte ich eigentlich mal die komischen Leuchtsteine, Leuchtsteine glaube ich waren das, ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gespielt, ich glaube aber Leuchtsteine brauchen wir für eine bestimmte Quest. Ich schaue nochmal nach, äh, 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 Uraner Hochland soll jetzt einen Ort geben, an dem man viele Leuchtsteine finden kann. Genau, und das Hochland, zeige ich euch nochmal schnell, das ist hier oben. Da wollen wir jetzt mal hingehen und wollen mal schauen, ob wir ein paar Leuchtsteine finden, weil ich würde gerne die Quest erledigen. Genau. So. Die letzte Folge hat uns ja hier so ein komischer Bogenschütze hier abgeballert. So, wir haben hier die komische Schwimmrüstung bekommen und können jetzt Wasserfälle hochschwimmen. Sehr geil. So, und jetzt schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in diese Richtung da hoch. Ich will auf jeden Fall auch mal ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Ich will mir auf jeden Fall nicht nur den Quests folgen ohne Ende, ich will mir eigentlich die Gegend hier auch mal ein bisschen anschauen. Wir müssen alles ein bisschen erkunden, ein bisschen rumgucken, was hier alles so gibt. Geheimnisse aufdecken, Kroxamen finden und, und, und. Und Kroxamen sind ja sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Taschen vergrößern können. Genau. Und wir müssen noch mindestens, glaube ich, ein Schrein oder so machen, dass wir wieder, dass wir uns wieder ein Herz dazu verdienen können. Ich glaube, ein oder zwei Schreine noch, ich weiß es nicht genau. Vielleicht finden wir hier oben ein paar Schreine oder so. Hyrule Gras. So, jetzt schauen wir doch mal hier hoch. Ob wir hier irgendwie sind. Okay, wir können ja gar nicht klettern, merke ich gerade, weil es regnet. Im Regen ist, kann man nicht gut klettern, wenn man da jedes Mal wieder abrutscht. Sehr, sehr schöne Aussicht. Da unten ist ein Schrein. Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Die müssen wir uns dann später mal holen, weil ich habe jetzt eigentlich keine Lust, dass ich hier runtersegel. So, okay. Schauen wir nochmal hier hoch. Schauen wir hier hoch. Ohne abzurutschen. Komm, zieh, zieh, leg. Zieh. Wir nehmen auf jeden Fall mal das Bombenmodul. Weil hier nämlich, glaube ich, Gegner gestanden sind. Oder? Wo waren die denn jetzt? Waren die nicht hier? Waren die nicht hier unten? Ah, nee, da hinten sind sie. Oder eine zumindest noch. Ich weiß ja nicht, ob das gespeichert worden ist. Hier bin ich letztes Mal abgekratzt. Die haben mir einen Stoß mit der Lanze gegeben und da war es früher. Okay, ich sehe jetzt eigentlich nur einen. Waren die nicht auf den Kopf schießen? Boah, ist ja schnell. Komm her, komm her. Komm zu, Papa. Alter, was ist das für ein Moppet? Boah. 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 Alter, macht ihr Enddamage. Alles klar. Dann müssen wir uns mal gleich mal eine Heilung nehmen. Und zwar von unseren Kochzutaten. Nehmen wir mal das Obst mit Pilzen. Dann können wir uns mal rein essen. So. Bäm, 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 Bigelow. Waffentasche ist voll. Dann will ich jetzt meine Holzpfeiler wieder bekommen. Sehr gut. So, und jetzt schauen wir doch mal. Weil hier oben habe ich doch irgendeine... Ah, da sehen wir sie schon, oder? Schleichglöckchen. Habe ich hier nicht irgendwo die komischen Steine gesehen? Oder habe ich sie doch nicht? Habe ich sie übersehen? Ich müsste eigentlich mal ein Foto von denen dann machen, wenn es geht. Dann könnte ich die mit meinem Radar hier verbinden, dass ich die jederzeit wieder finde. Wir sind jetzt aber eigentlich in den Hochlanden. Jetzt schauen wir mal einfach weiter. Ihr würdet da irgendwo so eine komischen Leuchtsteine geben. Ich glaube, ich schaue mal da hoch. Da ist noch ein Schrein. Die markieren wir uns doch gleich mal. Alles klar. Ist markiert. Da müssen Leuchtsteine sein. Jetzt schaue ich mal, ob ich das fotografieren kann. Hier, da steht wieder irgendwas hier. Irgendwas höre ich hier. Da unten, okay. Die sind ein bisschen weg. Machen wir das Fotomodul auf. Fragezeichen. Ja, was heißt Fragezeichen? Leuchtsteinbrocken. Aufnehmen. Speichern. Alles klar. Leuchtsteinbrocken. Leuchtsteinbrocken. So, jetzt schauen wir noch mal. Wie war das jetzt hier nochmal? Ich glaube, das war auf dem Kartenmodul. Schieker-Sensor. Gutling. Suchebjekt ändern. Leuchtsteinbrocken. Als Suchobjekt. Suchen. Alles klar. Müssten wir es doch jetzt eigentlich drin haben. Leuchtsteinbrocken in der Nähe. Okay, er zeigt es mir auch schon richtig an. Sehr, sehr, sehr nice. Machen wir es aber auf jeden Fall mit dem Bomben. Boah. Ich speichere erstmal ab. Nicht, dass ich hier wieder verrecke den ganzen Weg nochmal gehen muss. Da habe ich mal keinen Bock drauf. So, okay. Wo bist du jetzt? Nehmen. Schmeiß mal den Glamour auf die Rübe hier. Boah, da sind doch noch mehr. Alter, 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 alter. Äh, 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 äh. Ah, ist ja schnell. Komm herz, vau. Komm herz, vau. Komm herz, komm herz. Komm herz. Komm herz. Okay. So, okay. Unser Ding zerbricht jetzt hier gleich. Äh, ich bin ein Speicher-Noob. Und speichere ich nochmal ab. Alles klar. So, was ist das? Was machen die da? Was können die? Was tun die? Was machen die? Was ist das? Ist das einer? Sind das zwei? Sind das fünf? Ist das einer? Okay. Ich will aber den jetzt erstmal down machen, bevor ich die weiter mache. Was? Ich will das noch mal machen. Was? Das war's für heute. Boah, fuck Alter, was machen die denn Schaden? Das gibt's doch nicht Kleinmal soll man Obst rennen So, und dann würde ich mal sagen, wir haben gar keine Waffen mehr, nur den Scheiß hier, Zora Lanze, Zora Schwert, naja ich muss das noch nehmen Okay, ist zerbrochen, nehmen wir uns aber gleich das hier mit Lanze So, müsste jetzt gecleat sein, jetzt holen wir uns endlich mal dieses blöden Leuchtstein hier Hier, da fliegen sie Okay Leuchtet ihr denn hier, schauen wir mal wo, gehen wir mal hier hoch Anzeigen würde sie mir ja, oder? Hier in diese Nähe Diese Richtung hier So, ich speichere aber trotzdem nochmal Ich werde wieder denken, mein Gott, der speichert aber oft, aber Sicher ist sicher Na, voll Ähm, dann schau ich doch mal, was ich weglegen kann Ich glaub, dass die nicht schlecht ist Legen wir doch mal das komische Schwert hier weg Genau, und nehmen uns die Lanze mit Knochenmob-Lanze Okay, jetzt zeigt sie mir auf jeden Fall in die Richtung an, ich renne schon wieder Und komm mal her, komm zu Papa Oh, gleich zwei Komm her Okay, die ist down Die hat Pfeil und Bogen Okay Alles klar, down Du Exal-Boomerang Okay Wieder voll Boomerang Ja, warte mal Äh, warte mal, warte mal, warte mal Ich hab ja auch noch einen Boomerang Äh, der hat bloß acht Dann schmeißen wir den noch weg Wegwerfen Und nehmen wir dann den mit Wo ist das hier? Bogen Sehr gut So, den nehmen wir auch mit Ah, hier ist die falsche Richtung Die Richtung Das müsste irgendwo hier oben sein Oder hier Aber ich glaube, das ist kein Leuchtstein Doch, Leuchtstein Feuer, okay Nice Gehen wir weiter in die Richtung Oh, sind das schon wieder Lauter Mobs hier Ich speichere wieder Ich speichere hier wirklich schnell Was für Nüsse hier Maxi-Trüffel Es gibt mir bloß ein Herz Es gibt mir nicht viel Obst mit Pilzen Dampfpilze 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 Apropos Dampfpilze Ich werde jetzt mal dampfen Ja, so viel bräuchte ich aber eigentlich gar nicht Ich glaube, ich nehme einfach das normale Kochobst Ja Machen wir uns das rein Wer weiß, was der für einen Schaden macht Dann würde ich sagen, greifen wir den noch gleich mal an Okay, ich glaube, geht eigentlich Wie sie ihn ankommen Oh, okay Der macht Schaden Ah, warum hat er die Schilder nicht gezogen? Oh, Alter Okay, wir haben nichts gespeichert Neue Versuche Probieren wir es doch gleich nochmal Ah, jetzt ist das löde Äh Nehmen wir uns nochmal so ein blödes Obst hier Essen So Schau Komm her Komm her, mein Boah, was ist denn hier los, Eger Alter Irgendwas mach ich falsch Gut, dass wir gespeichert haben So Jetzt machen wir es aber gleich so Äh Hauen wir uns das jetzt noch mal rein. So, und speichern nochmal. Kann ich mir das nur wieder söylerspaaren, wenn ich jetzt hier verrecke. Oh, geht doch. Okay, die Keule ist wieder mal... Haben wir wieder mal keinen Platz, Mann. Was haben wir hier raus stattdessen? Das sind eigentlich alles gute Waffen. Lanze. Holzverlagst. Na, dann warten wir lieber mal. Dann lassen wir das nochmal. So, wo ist jetzt hier mein Zeug? Hier oben vielleicht. Wir sind hier, Musa-san. Ah, hier. Okay. Irgendwo in diese Richtung. Warte mal. Das muss doch hier irgendwo sein. Komm mal einfach nicht hoch. Das ist... Ich glaube, dass ich mit dem Zierer aufhört zu reden, müssen wir erst einen blöden Titan erledigen. Oh, was sie? Oh, was ich bei dir? Ja. Oh. 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 Okay, wir müssten ganz nah dran sein. Ist das hier unten, oder was? Nee. Nee, das muss hier in der Richtung irgendwo sein. Ah, das könnte es sein, oder? Aber es waren doch gar nicht die Leuchtfeuersteine, oder? Es war nur ein Leuchtstein, kein Leuchtfeuerstein. Ah, hier bin ich hochgekommen, oder? Kann das sein? Ich muss mal schnell ins Inventar gucken. Leuchtstein. Ist es dann der, oder wie? Schauen wir mal ins Tagebuch nochmal. Leuchtstein, ja. Ich hätte jetzt eigentlich schon 10 Stück. Könnte ich ja rein theoretisch schon abgeben unten. Aber ich schau mich hier trotzdem noch ein bisschen um. Vielleicht habe ich irgendwo was übersehen noch. Da ist ein Turm, da ist ein Turm. Gehen wir doch nochmal hier rum. Was ist denn? Ich habe noch ein bisschen Gelee noch mitgenommen. Okay, da ist so ein komisches... Viel. Da hinten ist einer. Alles klar, da ist einer. Mein Gott, wie viele sind denn hier? An diesem markieren wir uns noch. Gut. Haben wir den markiert? Ich speichere nochmal. Ich speichere noch schön. Ja, genau. Du tarnst dich. Du tarn dich mal. Kannst du nicht lang tarnen? Egal. So, jetzt hören wir uns noch den hier. So, hier müsst ihr... Ah, Leuchtstein. So, jetzt machen wir uns aber so. Okay, und holen uns noch die komisch andere Lanze. Zora-Lanze. So, okay. Da ist noch eine. Na, tarn du dich mal. Die hat sich eigentlich Harpul in den Arsch. Okay, das war wahrscheinlich aus dem Stealth raus ein Angriff. Der macht ein bisschen mehr Damage. So, da ist noch einer. Schau mal, wie kann ich den von hinten wieder angreifen? Wo ist denn weg mit deinem Zünglein da? Wir sehen uns, was wir da sind. Was ist denn das für ein Ding? Okay, hier waren wir noch gar nicht. What the fuck? Was ist das? Das ist irgendwas Großes. Da sollen wir bestimmt noch nicht hin. Denke ich mir mal. Okay, den Schrein haben wir uns markiert. Ja, was ist das da unten? Geiles Ding. Ein komisches Schloss oder sowas, wie das aussieht. Okay, Leute, ich würde sagen... Ich werde mich jetzt auf den Weg zurück in das Zora-Dorf machen und mal die Quest abgeben. Wir können ja porten. True. True. Nei-Jeyuma-Schrein. So. Gehen wir mal die Quest ab jetzt. Ein Leuchtbrocken in der Nähe? Ja, ich glaube, das ist unter uns. So, dann schauen wir mal, was er zu sagen hat hier. Sprechen. Ja, hallo. Kann ich dir helfen? Hier, die Leuchtsteine. Danke. Du hast wirklich zehn Leuchtstände für mich. Dann lass mich nur schnell nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, das ist wirklich alles, was wir haben wollten. Ich nehme dir die Leuchtstände mal geschwind ab. Und natürlich sollst du auch belohnt werden. Ein Diamant. Okay. Der wertvollste Edelstein, der in Hyrule zu finden ist. Sein Funkeln fasziniert die Hylianer schon seit uralten Zeiten. Und er erzielt unsagbar hohe Preise. Ich lege sogar noch einen oben drauf. Cool. Okay. Du bist unser Retter. Wenn du wieder zehn Leuchtstände hast, die können wir immer gebrauchen. Aber ich kann dir nur einen Diamanten geben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Klar. So, Nebenaufgabe geschafft. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Es sind ja schon wieder 30 Minuten, wie ich sehe. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen gefallen. Wenn es denn so ist, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Ich habe hier schon ein paar Leute auf meinem Kanal, die immer schön fleißig kommentieren. Dafür würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr bedanken bei euch. Macht mir wirklich Spaß mit euch. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.